Und wieder mal heiße ich euch herzlich willkommen zu Freitag, der 13. auf der Pekanek-Lodge-Map und wir sind nicht, oder doch, wir könnten der Killer sein. Und komm, 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 ich hatte schon lange kein Glück mehr. Und direkt das Internet-Symbol, geil. Erstmal ein paar Äste aufheben, haben wir sonst nichts zu tun. Aber wir haben Gott sei Dank, ähm, wir haben Gott sei Dank hier niemanden, also wir sind hier direkt alleine auf uns gestellt. Na, was heißt Gott sei Dank, aber so können wir wenigstens die Häuser schön für uns in Ruhe wegbluten, alles. Sorry nochmal, Leute, dass gestern kein, oder, ja, gestern kein Part gekommen ist, aber ich hatte vorgestern privat so viel Stress und es hat alles einfach nicht geklappt. Das, ähm, ja, hat einfach leider zeitlich nicht geklappt. Ich war irgendwann halb zwölf, viertel vor zwölf zu Hause im Bett und da lohnt es sich nicht mehr aufzunehmen, irgendwas vorzubereiten und so weiter. Ich habe mich heute gerade eben richtig den Keks gefreut. Ich komme von der Arbeit nach Hause, esse entspannt was und so und setze mich vor die Playstation und mache sie an. Insane Trilogie. Crash Bandicoot wollte runterladen, hat aber keinen Platz mehr gehabt. Also direkt erstmal kurz Platz gemacht. Ähm, tschüss Birthdays the Beginning und tschüss Killing Floor haben gereicht. Crash Bandicoot lädt jetzt runter. Morgen ist Donnerstag, also heute. Und jetzt, äh, heute Donnerstag. Morgen, von mir aus jetzt übermorgen, aber morgen, wenn ihr das hier seht, morgen kommt das Spiel raus. Richtig geil, Leute. Ich habe so Bock. Ich glaube, ich werde tatsächlich um 0 Uhr direkt aufnehmen. Ich glaube, ja. Ich glaube, ich werde es direkt aufnehmen und direkt am Freitag hochladen. Das, äh, oh, hätte ich da Bock drauf. Entschuldigung, ich raste hier vollkommen aus. So, hier nochmal ganz kurz das Heilspray mitnehmen. Die Autoballräderie in der Tash. Und wir haben tatsächlich nur den Viersitzer vor der Tür. Das ist natürlich sehr geil. Ein Taschenmesser. Das, äh, nehmen wir doch direkt mal mit. Und laufen. Tada. Auto. Oder zum nächsten Haus. Und legen jetzt nur die Batterie mal ganz kurz ab. Weil. Ich will ja nicht, dass jemand anderes abhaut. mit die Schlüssel. Wenn ich hier den Benzin finde, wäre das ziemlich geil. Dann muss ich mich hier nur verstecken und warten. Bis der Kollege mit den Schlüsseln kommt. Es sei denn, wir finden hier die Schlüssel, aber... So sicher wäre ich mir da nicht. Schade. Wäre ja auch irgendwie irgendwo zu schön gewesen. Aber halt, da gibt es ja noch einen Raum, Leute. Ach ja, ich habe übrigens mir vorgenommen, wieder eine Challenge zu machen. Ich werde die Tür nicht abschließen. Und, ja. Wenn euch da noch was Neues einfällt, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Sonst wird das Spiel langsam... Äh, nicht langweilig, Leute. Ich habe da immer noch Bock drauf. Versteht das nicht falsch. Aber es ist halt immer das Gleiche. Der Livestream macht mir viel, 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 viel mehr Spaß. War ich das? Das war doch nicht ich. Habe ich die Tür aufgelassen? Ich weiß, dass ich das nicht war, Leute. Okay. Bärenfalle liegt nicht vor dem Auto. Sehr gut. Also das Beste, was wir am Freitag der 13. echt machen können, ist der Livestream und im Livestream zusammenzocken, weil ich glaube, geiler geht es nicht. Das macht so Riesenspaß. Die Leute sind alle korrekt und so weiter. Samstag ist der nächste übrigens. Den Samstag danach fällt aus. Ich weiß aber nicht, ob wir dafür dann eventuell auf Freitag vorverlegen. lassen wir dann den Freitag danach, also jetzt quasi Samstag, den 1. oder so, den 31. Keine Ahnung. Samstag auf jeden Fall diese Woche noch übermorgen. Und dann den Freitag danach. Nicht morgen Freitag, sondern den Freitag danach. Den nächsten Freitag dann quasi einen Livestream machen. Da müsst ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie ihr Bock habt. Ich hätte Bock, müsste aber logischerweise das nochmal alles abklären und... Diese fucking Pollen, Leute. Nervt hart. Es zwingt mich quasi. Ich kann nichts dagegen tun. Egal wie sehr... Wie sehr ich mich auch wehre, Leute. Ich kann nichts gegen diese Pollen tun. Das nervt richtig hart. So. Also wie gesagt, Livestream am Samstag. Freitag darauf eventuell auch. Ich würde es nicht versprechen. Aber wer mir, glaube ich, ganz recht... Ich muss nur mal abklären, wie das so... Funktion... Ich wollte gerade sagen, bin ich allein auf der Map? Lol. Wir waren eigentlich noch viel, viel mehr, Leute. Ich weiß gar nicht, was da jetzt los ist. Sind die alle gelieft, weil sie gekillt worden sind? Oder... Kein Plan. Ich zock die Runde jetzt aber auf jeden Fall weiter. Gar kein Problem. Ach ja, der hat drei und die drei sind auch gelieft, Leute. Das ist... Arschloch-Move. Aber... Dafür kriegen die Leute, glaube ich, keine EP. Hoffentlich. Ich gönne denen das richtig, dass die keine EP kriegen. Weil wir einfach die Lobby lieben. Gut, wir werden wahrscheinlich neue dazugeschmissen kriegen nach der Runde. Trotzdem ist das... Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht. Also lieben... Ich weiß nicht. Macht man einfach nicht. Ich finde, das macht man nicht. Wenn man dann irgendwie am Verlieren ist oder so. Und dann lieben. Das ist eigentlich nur... Charakterschwäche kann man das auch nicht nennen. Aber... Ja. Macht man einfach nicht. So. Fertig. Findet euch damit ab. Aber lustig, dass wir Jason noch überhaupt gar nicht getroffen haben. Er war noch nicht mal in der Nähe irgendwie. Und die ganzen Häuser sind noch alle unberührt. Noch so unausgelootet. Da wurde noch nichts ausgeschlachtet hier. Deswegen bin ich ganz guter Ding, dass wir den Autoschlüssel eigentlich demnächst mal finden sollten. Oder zumindest das Benzin. Weil Benzin gibt es ja zweimal. Er verpieselt dich aus... Ah, er hat mich nicht gesehen. Er hat... Er hat mich gesehen, Leute, wie ich in den Schrank gekrabbelt bin, hoffentlich. Hoffentlich nicht. Sie hat erst mal abgeschlossen. Nice. Ey, komm du... Aber er denkt... Er sucht sie. Er ist hinter ihr her. Er wird nicht auf mich achten, glaube ich. Er ist natürlich wieder ein Arschloch-Move. Aber... Sie läuft vorm Schrank rum. Sie läuft vorm Schrank rum. Alter! Was... Was stimmt mit ihr nicht? Leute, was stimmt mit ihr nicht? Oh Gott. Oh Gott. Dreh dich nicht um. Dreh dich nicht um. Guck nicht aufs rote Haus hinter dir. Guck bitte nicht auf das rotleucht... Er ist noch da, Leute. Nee, jetzt nicht mehr. Ich hab mir ein bisschen eingekackt. Oh mein Gott. Was ist passiert? Boah, hab ich mich erschrocken. Hat sie die Autoschlüssel oder so? Nö. Wenn sie... Ja, Escape with the Motorboat. Das heißt, ich bin der Einzige. Lol. So, jetzt heißt es One-on-One, Leute. Die Hälfte der Zeit ist mindestens noch zu spielen. Neun Minuten habe ich jetzt die Aufnahme. Minus Ladezeiten rausschneiden. Also acht Minuten müssten wir jetzt ungefähr umhaben. Leute, das ist nicht witzig. Das ist absolut nicht witzig. Wir haben jetzt noch zwölf Minuten, die wir surviven müssen. Und sind alleine. Das ist nicht witzig. Und ich weiß nicht, wo die Schlüssel sind. Wenn die jemand hatte und gestorben ist, dann sind die wack. So einfach ist das. Dann sind die wack. Dann sind die nicht mehr auffindbar. Ganz einfach. Ich werde die in der Pampa... Ich würde die in der Pampa nicht finden. Das ist Fakt. Wenn ich Glück habe, finde ich eine... Wenn ich Glück habe, finde ich die Phone-Fuse und kann sie am Telefon einbauen. Das braucht halt Glück. Was... Ja. Mal schauen. Unser Ziel ist natürlich trotzdem noch abhauen. Ne. Falls wir einen Taschenmesser brauchen, wissen wir, wo wir es finden. Alter. Fuck. Fuck. Ah, Leute. Jetzt hat er uns. Jetzt. Ah, nein. 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 Nein, 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 nein. Wenn er jetzt noch einmal vorbei rennt, hau ich ab. Ich hau ab, Leute. Ich habe so Panik. Ich habe so Panik. Ich brauche jetzt zwei Taschenmesser. Ich habe den Perk auch nicht mehr drin, dass, wenn ich alleine bin, dass die Angst nachlässt. Wow, fuck. Das, du darfst mich nicht sehen. Jetzt lauf vorbei, lauf vorbei, lauf vorbei, lauf vorbei, lauf vorbei. Komm schon, lauf. Vorbei. Ich hoffe, die fucking Idioten schreiben dem keine Nachricht. Das machen nämlich gerne mal welche. Nein. Das war eine Nachricht, Leute. Das war locker eine Nachricht. Der hätte noch hinterm Haus gucken können und so ein Kram, aber... Ja, egal. Ja, egal. Ja, egal. Hat er gut gemacht. Ist okay. Ähm, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part dranbleiben. Bis gleich. So, Camp Crystal Lake 1979, die Aufnahme läuft. Tatsächlich, wir sind nicht Jason. Schade. Es wäre ja auch zu schön. Na, mal gucken. Aha. Aha, 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 aha. Sehr schön. Direkt vor der Haustür klettern wir durchs Fenster und holen uns da einiges an Stuff raus. was unserns darf. Nicht lang fackeln. Einmal schnell die Baseballkeule in die Hand. Ja, weg davon. Hässlich, geh weg. Ficker. Tja, die Map gehört da für uns. Das war's dann aber auch leider. Ach, guck mal. Ein Autobatterie. Vier Seed und zwei Seed. Na gut. Wir haben lediglich eine Map, Leute. Das ist eigentlich ziemlich gefährlich, jetzt direkt schon zum Auto loszulaufen. Aber, äh, da kenn ich jo nix. Dit werd ich trotzdem mal machen. Wir nehmen mal direkt das Auto, was gerade auszuliegt. Weil, weil ich das so im Urin hab. Ich hab so'n Gefühl, dass das der Viersitzer sein wird. Wenn nicht, joa. Ne. Egal. Auch das ist ein Auto. Auch damit kann man abhauen. Ist vielleicht nicht, äh, unbedingt das, äh, Multiplayer-freundlichste Auto. Weil man einfach, äh, ja, so quasi alleine mit einem, so in Zweisamkeit abhaut. Aber ist egal. Wir wollen hier einfach nur schnell weg. Und Tommy Jarvis wurde gerufen. Hat aber auch, der Killer hat noch null Kills. Äh, ja. Ist auch voll nervig, wenn der ganze Server hier am Start ist. Weil einfach hier alles leer gelootet ist. Das ist einfach alles leer, Leute. Einfach alles leer. Ich find hier gar nix mehr. Aber egal, wir versuchen unser Glück im nächsten... Der, oh. Da sprintet jemand zum Auto, Leute. Ich hab so das Gefühl, da ist jemand mit Schlüssel. Deswegen gehen wir mal ganz kurz... Gehen wir zum... Ja, Wollek, der hat einen Schlüssel. Das wird ne kurze Runde, Leute. Holy shit! Es hat angefangen! Sorry, Piep. Bloody irgendwas? Nee, doch, Bloodhead. Sorry, Bloodhead. Hier ich und... Mrs. Sportanzug. Äh. Hauen wir ab. Links Keule. Links, link. Was zum... Komm, lass mich fahren. Äh, lass mich fahren. Volles alter Auto noch. Aber nicht schlimm. 1979. Das sieht aber auch aus, ey. Das Handschuhfach voll lütt. Da noch ne Kurbel. Geil. Ja, Leute. Das war's. Wir haben, äh, in zwei Minuten überlebt. Drei. Bitte lass uns Tommy Jarvis sein, weil, äh, das ist doch mal scheiße. Ach, da ist bestimmt schon jemand anderes, Tommy. Schade. Ja. Tommy ist schon drinne. Eins, zwei, drei. Drei Leute sind noch am Start. 16 Minuten noch zu spielen, Leute. Das wird ja wohl mal richtig der, äh... Langweiligste Part überhaupt. Wobei, die erste Folge fand ich eigentlich ziemlich witzig. Die war ziemlich, ziemlich gut. Ich hab ihn lieber kurz überflogen. Also, so viel Glück in den Aufnahmen, so eine gute Folge aufzunehmen, ist, äh, echt selten. Wie hat euch der erste Part gefallen, der erste Teil? Wie gefällt euch der zweite? Schreibt's mir doch einfach mal in die Kommentare. Würde mich wahnsinnig interessieren. Was kann man da noch machen? Was kann man noch aus dem Spiel rausholen? Wenn ihr Ideen habt, äh, dann gerne mal reinschreiben. Ich würd gerne mal ein bisschen was anders machen. Consolers killen ist nicht meine Stärke, wisst ihr. Deswegen, äh, werde ich als Consola keine Consolers killen. Höchstens als Jason. Man könnte aber auch... Hm. Was könnte man denn machen? Ich bin ratlos, Leute. Ich denk teilweise den ganzen Tag drüber nach auf Arbeit. Aber mir fällt halt echt nix ein, so ich... Nur schleichen ist halt auch scheiße. Das wird langweilig. Man kommt nicht voran. Nur joggen... Dann ist man halt relativ schnell tot. In der Regel. Man versucht ja schon eine gute Mischung zu machen. Aus Joggen, dass er mich ein bisschen hört. Und aus Schleichen und... Das scheint wohl ein Deutscher zu sein. Fan of BVB. BVB. Ach, erst mal den alten Lumpen angezogen. Sehr gut. Aber eigentlich sollte Jason ja Bescheid bekommen, dass jemand da sich den Pulli da geholt hat. Der Pulli ist ja voll... Der Pulli ist ein einziger Grafikfehler, Leute. Ein großer Grafikfehler. Ihr Face einfach mal. Guckt mal. Ihr Face, Leute. Einfach mal voll die Panik. Die Riesenaugen. Oha. Ach. Klopp. Ich finde den Jason halt voll hässlich, Leute. Der schockt mich nicht. Oh, ein Heilspray. Da hat was cooles dabei. Nöp. Oh. Oh, 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 oh. Ich werde meinen Kollegen mal vorschlagen, die Kill Jason Trophäe, dass wir die mal den Tage in Angriff nehmen. Weil... Da habe ich richtig Bock drauf. Wie gesagt, das gibt es die schon on must. Aber ich will die Trophäe sowieso haben. Das heißt, ich muss das so oder so machen. Und da kann ich einfach mal die Kollegen mal fragen, ob die Bock haben, da mal ein halbes Stündchen zu investieren, dass man da mal richtig schöne Aufnahmen hat. Ich werde halt eben auch richtig schön viel rausschneiden und richtig schön zusammenschnipseln, dass es ein kleiner, kompakter Part wird. So vielleicht maximal 10 Minuten oder so. Dann rollen wir ein paar Perks hinten dran. Und dann ist das Ding auch geschnitzelt, hätte ich fast gesagt. Aber dann ist das Ding auch drin. Ich werde mal gucken, wann ich das mache. Ich hoffe mal jetzt so die Tage. Ja. Ist das... eine Person? Nein. Na gut, so wie das Zeug da, wie Gelee da auf dem Boden rumschwabbelt, würde ich nicht davon ausgehen, dass das ein Mensch war. Na, was zeigst du uns jetzt Schönes? Oh, ja. Das tut auch weh. Sorry, habe ich die Leichen einfach... Einfach mal wegfliegen. Köstlich. Köstlich, Leute. Habe ich mich wieder amüsiert. Das hat sich ja schon wieder gelohnt, den Part aufzunehmen. So. Jetzt nur noch hier Herr Jarvis. Problem ist, Jarvis als letztes zu finden, ist echt nicht einfach. Vor allem nicht, wenn er sich so hier am Straßenrand hinsetzt. Na, wobei, Jason könnte sich denken, dass die irgendwo am Straßenrand sitzen. Wenn ich keinen finde, gehe ich auch öfter mal am Straßenrand und gerade so nach der Hälfte der Runde, dann könnte immer sein, dass die Polizei gleich kommt. Da hinten ist er. Da hinten links im Bildschirm ist er. Da. Habt ihr ihn gesehen? Ich sehe ihn nicht mehr. Doch, da steht er noch. Da stand er eben noch, Leute. Wenn ihr es nicht gesehen habt, spult zurück. Da diesen kleinen Feldweg lang, da stand er, da ist er langgelaufen. Leute, ich schwöre euch das. Wenn ihr es nicht gesehen habt, spult mal kurz zurück und guckt euch das mal an. Er ist da von rechts gekommen und so nach links rüber gelaufen. Meine Fresse bin ich kaputt, Leute. Richtig, richtig, imoash. Imoash. Das ist ein I-M-O-A-S-C-H. Imoash. Imoash. So, du bist gut. Kollege Schmutzfuß, würdest du bitte deine eleganten Geräten mal kurz woanders hin bewegen, dass es ein bisschen mehr Action gibt? Dein elegantes Sitzfleisch. Deine grazile Büffelhüfte. Okay, Leute, es reicht. Das passiert, wenn mir langweilig wird. Ich kann auch nicht rumschalten. Ah, wir können mal die Dingenscams durchchecken. vielleicht finden wir Iason. Nö. Au. Oh, wir haben es verpasst. Wir haben irgendwas verpasst. Ohne Scheiß. Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö-Dö. Kleiner Heit. Dö-Dö-Dö. Kleiner Jason. Dö-Dö-Dö. Ach komm, jetzt muss er den kriegen. Das ist noch so viel Zeit übrig. Zehn Minuten. Oh ja, er hackt die Betten nacheinander ab. Jo, jetzt ist Science dran. Ja, Leute. Herzlichen Glückwunsch, Jason. Ich würde sagen, wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst mir doch einfach mal einen schönen kleinen kurzen Finger nach oben da. Einen Daumen nach oben da lassen. Das wird mir auf jeden Fall gefallen. Ich weiß nicht, dass ihr noch Bock auf Freitag der 13. habt. Ansonsten, wie gesagt, alles mögliche an Vorschläge gerne in die Kommentare reinhauen. Ein Abo nicht vergessen da zu lassen. Ja, das kann man so sagen. Und checkt nochmal eins der beiden Videos aus, die ich hier euch vorschlage. Das eine ist perfekt zugeschnitten auf euch. Das andere ist, glaube ich, mein neuster Upload. Schaut doch einfach mal ganz kurz vorbei und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Part auch dabei seid. Haut rein! Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Vielen Dank.